Moin Jungs, Marci hier. Willkommen zu meinem Video. Ich sage uns heute das Anmelde zu Hero7. Hero7 ist ein Bauwerk ohne Aufnahme für Licht. Für die Leute die aufnehmen können wir euch euch empfehlen aufzunehmen. Denn zum Beispiel ich schiebe da einen Headcore oder einen Bug. Brauche ich eine Aufnahme, um euch Zubi-Welt zu können. Ohne beschraubigst in das Formular, wo ihr euch anmelden könnt. Ihr braucht außerdem nochmal Discord. Beide müssen auch in meinen Discord-Server joinen. Auch wenn das Wort drauf sendet und ich euch annehme. Dann kriegt ihr so ein Projektteilnehmer rein und könnt dann in die Projektteilnehmer-Channels reinschauen. Das sind mal allgemeine Infos. Man kann sehr wahrscheinlich jeden Tag zweimal joinen. Jeweils hat 10 Minuten und wir verwenden das Campus-Ware-Plugin in der 1.8 Uhr. SPAGE 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 Bis zum nächsten Mal.